Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir wollten heute irgendwie es noch hinkriegen, dass wir die Batterie aufbauen können. Kupferbarren haben wir jetzt. So. Aber uns fehlt jetzt Schrott. Wir brauchen Schrott. Die kriegen wir jetzt höchstens, also wir kriegen die noch von den Fässern oder wir gehen zu den Inseln und sammeln die. Da machen wir etwas, was wir jetzt lange nicht mehr gemacht hatten. Wir fischen in der Hoffnung, dass da in den Fässern Brat drin ist. So, wir werfen den Haken mal. So. Äh. Komm. Jetzt muss es gehen. Ja, das ist jetzt nah genug. Oder weit genug. Ich hoffe, da ist Schrott bei. Einer? Ja. Immerhin. Jetzt muss ich den erwischen. Ja, geil. Bitte ist da auch noch Schrott drinne. Komm schon. Das Zeug will niemand haben. So. Ich gucke nochmal unten nach. Hätten wir das jetzt nicht für die Lampen verbraucht. Ach, nicht hier unten. Da unten. Vielleicht haben wir ein Fass bekommen. Haben wir aber nicht. Wir müssen aber auch mal endlich wieder eine größere Insel finden, aufsuchen. Wir kommen bisher nur an den Kleinen an. Deswegen die Batterie. Weil wir jetzt lange an keiner großen Insel waren. Digga, ist doch nicht deren Ernst. Ich habe jetzt nur zwei Schrott. Ernsthaft? Egal, dann gehen wir eben mal einlagern. Und wie sieht es eigentlich jetzt mit dem Wasser hier aus? Okay, das ist voll. Können wir nochmal nachfüllen. Komm, hier. Und rein da. Was brauchen wir noch? So, das haben wir jetzt endlich wieder voll. Digga können wir mal wieder einschmelzen. Und das Rest können wir wegschmeißen. Weil wir mehr als genug von dem Zeug hier haben. Weg, weg. Ab in die Freiheit mit euch. Wir haben wieder so viele Planken. Und wieder eine Rübe. So, mal schauen. Kommen da wieder Fässer da hinten. Und hier ist noch einer. Bitte ist da Gott bei. Ich hasse mein Leben gerade. So. Ernsthaft? Und den kann ich nicht mal aufheben jetzt. Egal, der wird irgendwann despawnen. Das ist unglaublich, dass wir jetzt tatsächlich mal einen Schrottmangel haben. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Dass wir irgendwann wirklich keinen Schrott haben. Für eine kleine, einfache Batterie. Kommt noch ein bisschen weiter nach links. So, den haben wir. Ein Schrott, okay. Aber sehr viele Steine. Und auch mal wieder ein Schrott. Nice. Den kriegen wir gar nicht mehr. So, dann. Du bist frei. Du bist frei. Oh, Kartoffeln. Ich würde sagen, Kartoffeln pflanzen wir langsam hier an. Hier. So, dann. Ja, okay. Habe ich jetzt andersrum gemacht. Aber ist in Ordnung. So, was wollten wir jetzt machen? Genau, hier. Eine Batterie. Dann können wir oben wieder koordinieren. Und dann Farben wiederherstellen. Ach, wir haben hier noch Rot. So, und hier noch Rot. Fehlt noch der hier. Kommen wir da ran. Ich habe Angst, wenn es wackelt. Dann gehen wir lieber mal pennen. Vielleicht ist dann die die See ein bisschen ruhiger, wenn wir schlafen gehen. So. Und die Farbe müsste auch unten fertig sein. ganz vorsichtig, ja. Ganz vorsichtig, okay. Komm. Ich mache gerade gar nichts. So. Erwischt. Boah, ich hatte kurz Panik gehabt. den hier. Haben wir noch erwischt. Ach so. So kann das Wasser nicht ein bisschen still sein. Und den hier. Nice. Erwischt. Das müsste jetzt auch fertig sein. Ja. Haben wir noch ein bisschen Farbe bekommen. Dann jetzt hier ganz vorsichtig. Ach, nein. Nee, den will ich nicht färben. Den will ich färben. So, dann wollen wir wieder. Können wir den ganz oben da erwischen. War das hier? Nee, das war der da. Wo noch einer fehlt. Dann haben wir gar keine rote Farbe mehr. Alles verbraucht. Okay. Geschafft. So. Und das war's. Ach so, apropos, da wir jetzt die Batterie wieder haben. Nee, wir gehen in die Richtung. Na, zu weit. Okay. Und die neue Insel war ja... Okay. Dann können wir uns auch auf diesen Weg machen. Zu der Insel. Danach vielleicht. Ah, die Insel begegnen wir auch noch. Das heißt, dann können wir da einen kleinen Zwischenstopp machen. So, erstmal was trinken. Und... Einen Moment. Können wir ja auch Ränke machen. Dann will ich die hier... Ach, ne, wieder Schrott. Ernsthaft? Okay, dann Tische. Da brauchen wir Nägel. Die wir nicht haben. Ich glaube, dann war er sowas. Oder so. Hose. Ah, okay. Wir können... Wir können so schöne... Dinger hier machen. Okay. So, das können wir mal... Gerne. Ein bisschen Palmenblätter und so verbrauchen. Äh, genau. Oh, ein bisschen Seile. So, dann machen wir mal... So einen Teppich. Ah, so wird das aussehen. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Wie wird das hier aussehen, ne? Komm, machen wir hier. Sieht sogar nicht schlecht aus, finde ich. Dann haben wir so einen noch. Der ist ein bisschen kleiner. Machen wir hier drunter. Sieht schon nice aus. So einer. Den würde ich dann eher... hier hin packen. Ja, komm. Wir machen den so. Und noch einmal. Ist das dann hier... Ah. Ich halte jetzt gar nicht fest. Ach so. Wir knallen gegen die Insel. Das erklärt so einiges. Aber okay, den möchte ich jetzt hier noch gerne hin tun. Ja. So wäre in Ordnung. Den würde ich jetzt noch eben ganz schnell hier einschmelzen. Und den dann einlagern. So. Wo habe ich den? Da. Ausrüstung. Ist in der Kiste. Brauchen wir wieder den hier. Und den hier. Da. Ah. So eine Insel. Unsere allseits beliebten klassischen Inseln. Okay, komm. Holz haben wir jetzt mehr als wir brauchen. Auf jeden Fall. Das ist jetzt nur noch Brennmaterial geworden. weil wir nichts mehr bauen müssen. So. Was haben wir hier? Komm. Wir nehmen das Obst auch wieder mit. Können wir... Ah. Da unten muss es sein. Okay. Was haben wir hier gefunden? Okay. Was können wir wegschmeißen? Samen auf jeden Fall. Die braucht keine Sau. Was ist das? Kann ich den nicht mehr aufnehmen? Hallo? Warum kann ich die nicht mehr aufnehmen? Ist das ein Bug? Ich kann die nicht mehr aufnehmen? Ich kann die nicht mehr aufnehmen. Ich drücke auf E wie ein Bekloppter. Toll. Ich weiß jetzt nicht, was ich alles verloren habe dadurch. Aber das finde ich jetzt scheiße. Egal. Das ist jetzt echt eine Enttäuschung. Das ist jetzt echt eine Enttäuschung. Da halt. Da halt. Komm. Irgendwie muss das jetzt laufen. So. 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 Jetzt geht doch endlich. Komm. Ich hoffe, wir drehen uns jetzt nicht nochmal aus Versehen. Okay. Hier ist das Ding auf jeden Fall gespawnt. So. Was haben wir jetzt alles hier? Palenblätter. Okay. Aber Palenblätter haben wir jetzt ja weniger hier. So. Schrott können wir auch erst mal wieder hier tun. Warum haben wir so genau Seile? Stimmt. Haben wir von hier herausgenommen. Wolzen können wir wieder voll machen. Nägel haben wir jetzt zwei. Kokusnuss. Komm. Hier hin. Das kann da hin. Samen. Wieder ein Scharnier. Zwei Stück sogar. So. Die können wieder hier rein. So. So. Die können wieder hier rein. So. So. Und dann genau Metall nochmal neu einschmelzen. Benötigt Rohkost. Nice. Wir haben kein Wasser. Wasser. Wieso hatten wir jetzt kein Wasser gehabt? Haben wir das aus Versehen alles schon aufgetrunken oder? Woran lag das? Achso. So. Dann können wir die Dinger auch schon mal ernten. So. Wir tauschen diesmal das wieder aus. Und die kommen hier hin. Oh. Oh. Wir haben wieder Hunger. Und wir können nicht rennen. Nein. So. Das muss jetzt erstmal reichen. Ah. Ah. Ist noch nicht voll. So. Dann können wir das hier hinpacken. Ah. Das packen wir mal da hin. Weil wir tauschen die beiden. Nochmal nach unten. Na ja. Kommt hoch. Das Ding ist voll. Da brauchen wir auch noch wieder eine Batterie. Und wir sind was Rohstoff angeht noch sehr sehr sparsam. Dann gehen wir jetzt mal wieder ins Bett. Wird immer gemütlicher hier finde ich. Hier haben wir unseren Teppich. Müssen wir hier nur noch irgendwie paar Bilder oder sowas hinhängen. So. Was sagt denn der Computer? Wo ist denn die Insel? Okay. Wir werden da ankommen. Aber wahrscheinlich erst werden wir das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge betreten. Aber da können wir dann nach Zitanwaren und so weiter suchen. So. Hier. Können wir das erstmal wieder reinpacken. So. Der ist auch soweit. So. Farbe ist auch soweit. So. 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 Hier erstmal alles wieder rot machen. Komme ich da dran? An dem da? Ja. Von hier komme ich da ran. Ist nicht einfach, aber machbar. Hier haben wir alle. Ah. Hier sind zwei Stellen, die übersehen wurden. Hat der jetzt nicht ernsthaft gemacht. Wir gehen hoch. So. Dann können wir hier noch weiter streichen. Und unten nochmal die rote Farbe sammeln. Wir müssen wieder was trinken. essen. Und essen. Und essen. Ja. Kommen wir. Rillen die Dinger. Eben mal ganz, ganz schnell. schnell. So. Der ist wieder soweit. Boah. Aber was denn hin und her gelaufen das eigentlich alles ist. Ich bin nur am hin und her laufen gerade. Okay. Hier ist nichts. Kartoffeln lassen wir mal eben. Oder warte. Ah. Der ist fertig. Nice. Wo hatten wir die gelagert? Oh. 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 Ah. Aber die will ich lieber dann doch hier hin tun. Und dann kümmern wir uns in einer der nächsten Folgen darum, dass unser Lagerraum besser wird. Besser befüllt wird. So. Jetzt schnell essen. Da war wieder so ein heftiger Ruckler. Okay. Die brauchen wirklich lange. Bis die fertig sind. Ich glaube, das ist sogar schneller fertig. Krass. Metallwaren ist schneller fertig als ein Steak. Hätte ich jetzt echt nicht mitgerechnet. So. Und dann nochmal drei. Und da haben wir endlich mal wieder seit Ewigkeiten eine große Insel. Boah, darauf habe ich jetzt ewig wirklich gewartet. Wir waren jetzt nur seit Tagen auf diesem Schiff. Am hin und her laufen. Am streichen. Zu Ende bauen. Bisschen Deko machen. Hat mich auch langsam schon, muss ich ehrlich sagen, genervt. Aber wir hatten ja auch jetzt für unsere Batterie ja verbraten. So. Ah, okay, ist noch nicht fertig, aber Planken können wir reinschmeißen. Wie viele haben wir? Wie viele haben wir? So, genau. Hier unten waren die. Okay, die brauchen noch. Die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, wenn wir nicht mehr wegen Holz hier sind, deswegen gehen wir dann eigentlich noch hier hin. Stimmt, wegen diesen, äh, Viechern, wegen den Tieren. Die brauchen wir ja noch. Alter, war das jetzt viel? Das war jetzt sehr viel Stud. Warte mal, wir können einmal schauen. Okay, der ist noch nicht so weit, aber wir können trotzdem schon mal einlagern. Was kann hier rein? Von den Sachen eher nichts. Oder? Ne, hier kann nichts rein. Hier Plastik können wir einmal wieder voll machen. Feinblätter einmal voll. So, Steine. Rotz. Alter, so viel Holz haben wir. Wir haben jetzt wirklich, was Holz angeht, Überschuss. So, das packen wir erstmal hier mit rein. Die Ananas hier hin. So, was haben wir noch für hier? Für hier haben wir nichts. Die Farbe packen wir hier erstmal mit rein. Wir sehen, wie die Farbe aussieht eigentlich. So. Dann das noch da rein. Wir haben keine Planken mehr auf der Tasche. Ist in Ordnung. So, Fleisch packen wir hier auch wieder mit rein. Der kommt hier hin. Ausrüstung werden wir das hier brauchen. Und das hier. Die können wir dann jetzt mal wegschmeißen. So, Freiheit mit euch. Und dann gehen wir in der nächsten Folge auf diese Insel. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Ciao. dieser Insel Verdun. Das ist das Light值, ist ausrolle. Ich bin's. happiest. поверх greet dir. Das ist die Insel. sommer. Untertitelung des ZDF, 2020